Moin moin liebe Freunde der gepflegten LTE-Verbindung und damit herzlich willkommen zu einem neuen Standvideo hier auf der ProLight & Sound 2023. Wir stehen hier am Stand von VertiTrust, neben mir ist der Dennis. Lieber Dennis, wer bist du, was machst du, was macht ihr hier, was stellt ihr hier vor? Vielen Dank Robin, mein Name ist Dennis Maliska, ich bin Gründer und Geschäftsführer von VertiTrust und wir haben euch heute die Pintler mitgebracht. Für viele bestimmt nochmal ein ganz neues Tool. Auf der einen Seite seht ihr den Hammer, auf der anderen Seite habt ihr einen kleinen Hebel. Und ich würde mal sagen, Robin, du kannst es gerne mal vormachen. So, genau. Der Bolzen sitzt gerade schon relativ gut fest. Was Robin hier gerade macht, ist, dass er das Werkzeug gerade ansetzt und im nächsten Moment hebelt er das. Und ihr seht, das läuft ziemlich einfach. Schon ist der Bolzen gelöst. Also typische Anwendungsfälle morgens um 5 Uhr im Hotel. Keine Lärmbelästigung mehr, ist besser für eure Ohren. Deutlich materialschonender und ihr seht, gerade die Straßen-Traversen, die haben wir seit gestern schon im Einsatz, die sehen immer noch sehr, sehr gut aus. Genau, ich habe schon gehört von euch eben, dass der Hammer vorne ja auch gern mal dann kaputt geht, weil das ist ja aktuell ein Material, was leicht mal kaputt geht. Kann man das vorne austauschen? Tatsache, jawohl. Wir liefern euch direkt im Lieferumfang ein zweites Ersatzteil mit. Jetzt kriege ich es gerade nicht abgeschraubt. Vielleicht kannst du mir mal ganz kurz dabei helfen. Robin, vielen Dank. Genau, der Robin macht es gerade vor. Ihr könnt das wunderbar austauschen. Wie gesagt, im Lieferumfang noch ein zweites mit dabei, dass ihr auch extra lange Freude daran habt. In Zukunft werdet ihr aber auch noch Kupferaufsätze kaufen können für die Kupferfreunde unter euch, sodass jeder da irgendwie mit zufrieden sein kann. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Tool, was die Traversenarbeit auf jeden Fall deutlich erleichtern wird und wie du schon gesagt hast, deutlich leiser machen wird. Wie teuer ist es und wo kann man es kaufen? Jawohl. Preislich liegen wir da bei 109 Euro netto aktuell. Das ist inklusive Mehrwertsteuer bei 129,99 Euro. Verkaufen könnt ihr das exklusiv bei uns im Onlineshop unter www.vertiflust.de. Das im Wesentlichen. Also aktuell lieferbar noch nicht so spontan. Das bekommt ihr aktuell im Juni, wenn ihr es jetzt gerade bestellt. Aber gerne mal bei uns im Internet vorbeischauen. Ja, genau. Alle weiteren Infos dann natürlich auch in der Videobeschreibung. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist ein sehr, sehr cooles Tool. Ja, danke für die Infos, für dieses schöne Video. Und das war es dann auch schon wieder mit diesem kurzen, knackigen Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.